Ist er drauf? Ein bisschen näher ran noch, ein bisschen tiefer. So, so will ich das haben. So ist gut. Lass ihn. Lass einfach so drauf, ich komme dann so ins Bild. Bitte. Ja, hier ist also Heinrich Bloch. Wir sind mitten in Hannover und wie ihr seht, augenfleier Tag heute in Hannover. Hier ist die Kamera. Hier, bitte so lassen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Also nochmal, autofreier Tag hier mitten in Hannover. Du kannst alles machen. Bis zum Egi ist alles frei. Und da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen hin. Norbertin ist so nett und filmt das mal. Weil Norbertin jetzt vor der Kamera ist, so sieht er dann hinter der Kamera aus. Wunderschön. Mal sehen, was uns gleich erwartet. Hier ist die Kamera. Ja, mal sehen, was uns gleich erwartet. Vielen Dank, Norbertin. Wir gehen jetzt mal ein bisschen rum. Dankeschön. 17.05.2009. Autofreier Sonntag in Hannover. Und hier gibt es dann gleich auch Fahrräder zu kaufen und die ersteigern. Die schauen wir uns mal an so ein bisschen. Norbertin ist auch mit dabei. Norbertin, wink mal. Wunderbar, ja. Nicht so schnell. Nicht, ja. Weißt ja, dein Kreislauf und so. Schön langsam, nicht? Norbertin mit seinem Koffer. Ich schnippse die einfach mal ab, nicht? Na ja, machen wir. Willst du auch was dazu sagen? Brauche ich doch gar nicht, oder? Verkaufen sich von alleine, nicht? Ja, versteigern sich von selber. Versteigern sich von selber, ja. Weiß man schon, wo die so liegen, preislich so? Jetzt werden wir nachher sehen, wie hoch das Publikum geht. Aha. Ich gucke, glaube ich, auch noch mal. Danke schön, Herr. 50, 2, 4, 6, 8, 60, 22, 64, 64, 68, 70, 22, 47, 78, 80, 85, 85, 84, 86, 88, 98, 90, 24, 6, ab. 100. 100 Euro, 200 Deutsche Mark. Oh, Raffi sind dreistellig. Ja. 102, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 32, 32. 32. 132 Deutsche Mark. Oh, Entschuldigung. Ja. Oh, Entschuldigung. Das ist die Märchenband von Hannover. Das ist die Märchenband von Hannover. Ja, mitten in Hannover. Das war ein autofreier Tag hier in Hannover. Wunderschön. Das war die Märchenband. Ich glaube Cranberries, Strawberries, Sprassberries. Sprassberries heißen die, glaube ich. Und ich war dabei. Wunderbar. Dankeschön. Das war die Märchenband von Hannover. Das war die Märchenband von Hannover. Das war die Märchenband von Hannover.